Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wicklte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Weil in der Herberge kein Platz für sie war. Die Zustände in den griechischen Flüchtlingsdagen sind menschenunwürdig und lebensgefährlich. Eine Schande für Europa. Wir müssen den Menschen helfen. Ganz besonders den Kindern. Darum lassen sie uns Menschenleben retten. Jetzt! Courage. Mut zur Menschlichkeit.